Wir müssen alle reichlich beschenken! Wir dürfen keine Zeit verlieren, Bubbles! Los geht's! Ein Schlitten! Bist du bereit, Bubbles? Sowas von! Hm, ein wenig Unterstützung könnte nicht... Los, Bubbles! Los, Bubbles! Ich werde den Ausgang niemals finden. Bubbles, auf mein Zeichen! Halte an! Was machst du da? Frohe Weihnacht, Pony! Erst ein Geschenk, Pony! Äh, ein Geschenk? Nun packe schon aus! Hoffentlich gefällt es dir! Was kann das nur sein? Ein Pfeil! Zeig dir mir die Richtung oder... Warte mal! Er zeigt mir den Ausgang! Oh mein Gott! Ist das wirklich wahr? Ah, Tunky Cain! Wo... Wo bin ich? Bin ich hier dem Zirkus beigetreten? Ja, da liegt meine Brille! Ich bin endlich frei! Das ist so toll! Oh, dieser Ort ist echt lahm! Was bedrückt dich, Jax? Ähm... Hä? Wer war das? Brauchst du wirklich eine Aufheiterung? Und nur für dich, mein Freund! Ein Geschenk? Für mich? Absolut abgefahren! Ich kann es kaum erwarten, einen Blick hineinzuwerfen! Sesam, öffne dich! Das ist doch nicht möglich! Ein neues Gaming-Setup! Der Wahnsinn! Jetzt wird gezockt! Und ab dafür! Wie ich meine Frau vermisse! Ich wünschte, du wärst hier, Schatz! Was ist das? Ein Geschenk? Wollen wir mal holen? Gerade rechtzeitig! Ein Freitreifer! Was haben wir denn da? Ich verstehe nicht ganz! Was soll ich damit nur machen? Okay, und was jetzt? Heilige Küssenburg! Das ist sowas von besser als alles, was ich mir für! Gibst du das? Oh mein Gott, ich habe dich so vermisst, Schatz! Ich kann dich auch! Das war eine großartige Idee! Aber sicher! Niemand mag mich! Wie soll ich so Weihnachten feiern? Hm, aber das stimmt doch überhaupt nicht! Oh, du bist es, Cain! Warum bist du so angezogen? Hohoho, Cain! Du musst mich verwechseln! Ich bin Santa Cain! Und hier habe ich meinen Helfer, Bubble! Ah, schön dich kennenzulernen! Exakt! Okay! Deine Freunde mögen dich mehr als du denkst! Wirklich! Genau, ich hab dich sehr lieb! Wie lieb, Bubbles! Wenn ich mir etwas zu Weihnachten wünschen dürfte, wie wäre es mit einem Freund? Hä? Hohoho! Warum auch nicht? Was? Ist das wirklich? Hey, schön dich zu treffen! Bereit mir zu folgen? Ja! Egal wohin! Komm schon! Egal was ich mache, ich werde nie mit mir zufrieden sein! Es ist sinnlos! Ich sollte einfach aufgeben und... Hallo! Tut mir leid, Jubel! Das musste ja so kommen! Hallo, Bubbles! Siehst toll aus in dem Kostüm! Danke! Ich bin ein Weihnachtshilfer! Du siehst auch toll aus! Was redest du da? Oh! Ein Geschenk? Ist das wirklich für mich? Naja... Ein Blick wird mich nicht umbringen! Oh! Was ist das? Soll ich cosplayen oder was? Hohohoho! Das ist kein Kostüm! Hier! Lass es mich dir zeigen! Hey, lass mich sofort los! So, probier es mal an! Hä? Das ist so... So... Schön! Seht nur meine Beine! Die fallen nicht ab! Danke! Ich liebe es, Kane! Happy Halloween, Jubel! Haha! Es ist Weihnachten, du Blödi! Warum ist es nur immer meine Maske? Was ist los, Gangl? Warum das lange Gesicht? Warum muss sie immer zerbrechen? Lass dir von mir helfen! Oh! Oh! Wow! Ein Geschenk? Ist das... Ist das wirklich für mich? Ich... Ich kann es leider nicht öffnen! Kein Problem! Wow! Eine neue Maske! Und die ist unzerstörbar! Oh! Danke, Kate! Die geht echt nicht kaputt! Hiya! Oh! Wow! Einfach unglaublich! Hey, Angel! Ich hab da noch was für dich! Da! Bitte schön! Danke, Bubbles! Das zeige ich gleich den Anfang! Sie mag es! Gut gemacht, Bubbles! Hier für dich! Was ist das? Ja! Alles klar! Danke dir, Kate! Du verdienst so viel mehr, mein Freund! Nun, Zeit, nach Hause zu gehen! Okay, das war ein anstrengender Tag, nicht wahr, Center Kane? Keine Geschenke? Nicht, dass ich es anders erwartet hätte! Wenigstens sind alle meine Freunde nun glücklich! Darauf kommt es wirklich an... Überraschung! Komm hier denn her! Hier ist dein Geschenk! Was mag das nur sagen? Öffne es! All meine Freunde auf einem Bild! Oh Freunde, das ist das beste Weihnachten aller Zeiten! Frohe Weihnachten! Ich halte das nicht länger aus! Oh nein! Das war's mit euch! Lass uns verschwinden! Lass uns verschwinden! Ja, beeil dich! Das war knapp! Wo seid ihr? Hahaha! Hier sind wir sicher! Hä? Das ist doch leise! Ich habe keine Absicht! Hallo! Hahaha! Ich! Häh? 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 Das war harschauf! Was du nicht sagst! Was du nicht sagst! Oh! Ah! Du nervst! Oh! Kain! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Kain! Was hast du getan? Häh? Häh? Kips! Hahaha! Also wo? Agatha! Das wird ein Spass! Und Kinder! Tolle Kissenburg! Oh, das war echt knapp! Häh? Was? Autsch! Hast du keine Augen im Kopf? Tu! entertaining! Das habe ich clan справot! Das wird ein Spass! Spielen wir gemeint. Und tut dafür. Das war's. Ja, das war's. Oh nein. Warum ist sie abstrahiert? Was? Das ist deine Schuld. Was, ich? Jax, schau mal, das könnte der Ausgang sein. Das ist nicht der Ausgang. Nein, nein, ist es nicht. Pony, Pony. Sie wird abstrahieren. Ich dachte, sie hält durch. Ich dachte, du wärst der Nächste. Die Ausgangs? Wie auch immer. Die Kuhalt. Wir müssen hier weg. Ja. Packt euch. Das war knapp. Gute Idee. Und jetzt? Vielleicht eine Ablenkung? Wo seid ihr? Ah, gefunden. Ein Gläug? Mist. Hey, ich hab den Ausgang gefunden. Den, den Ausgang? Ja, genau. Folge mir. Nein. Was? So viel zu unserem Plan. Sieh nur, der Ausgang. Ah, ich wusste es. Danke. Du bist die beste Freundin aller Zeiten. Danke. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Vergiss mich nicht. Niemals. Oh, ich hoffe, du bist nun wieder bei klarem Verstand, kleines Fräulein. Was? Freunde, komm zu mir. Ich, äh... So ist es besser. Yay! Aber dann ist es ja gar nicht der Ausgang. Ganz richtig. Genau. Doch sei vorsichtig. Es gibt viele Monster hinter dieser Tür. Nimm besser das. Was? Was soll ich damit? Wir werden, äh... Ressourcen sammeln. Ressourcen? Keine Zeit für Erklärungen. Was? Was redest du da? Was geht's? Ah! Oh, was? Wo sind wir? Da sind wir. Beginnen wir mit dem Abenteuer. Her mit dem Geld! Kane, brauchen wir etwa eine Bank aus? Nein. Wir abenteuern die Bank, Pomni. Nun komm und hilf mir. Kane, was zur Hölle? Ups, tut mir leid. Zeit zu verschwinden. Ja, besser ist das. Gehen wir! Hey, ich sag schnell! Du kommst mit mir, kleine Göhre. Kane, ich hab nichts gemacht. Sag das dem Rechte. Ich kann nicht... Äh... Hä? Wo... Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Hä? Kane! Lass mich hier raus. Das ist Tauschbalterei. Niemals. Es muss einen Geheimgang geben. Hä? Kane! Ich hab einen Ausgang gefunden! Hast du jetzt den Verstand verloren? Gehen wir nach Hause! Hä? 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 Was zum Teufel? Da sind wir, Pomni! Hä? Ein tolles Abenteuer, nicht wahr? Äh... Also, um ehrlich zu sein, es war krank. Großartig! Hahaha! Erfolg auf ganzer Linie! Hooray! Ach, bevor ich es vergesse. Es gibt ein neues Abenteuer für dich. Oh Gott, nein! Mama, irgendwas passiert hinter der Tür. Äh... Was meinst du, Schatz? Ich kann nichts hören. Aber Mama... Hä? Was war das? Wow! Ups! Oh, wo bin ich? Keine Angst, wir müssen nur ein paar Aufgaben erledigen. Oh! Und alles ist gut. Ja! Kass nur auf den Imposter auf. Oh! Was denkst du, Schatz? Komm schon! Okay! Es ist wirklich einfach. Wir müssen uns nur um die fehlerhaften Geräte kümmern. Das schaffe ich! Oh? Was ist jetzt los? Oh nein! Ist das etwa dein Imposter? Wovon redest du da, Mama? Könnte er wirklich in der Nähe sein? Wir müssen einfach zusammenbleiben. Dann wird es schon. Zu spät! Geheiß ich mich nicht auf! Oh nein! Mami! Bitte! Du musst sofort das Messer entfernen! Ähm... Ich? Okay, ich versuch's! Gut gemacht! Frischhaft! Achso, was mache ich als... Du bist der Imposter! Was? Nein! Das stimmt nicht! Und das ist wohl dein Kompliz! Zeit für ein Meeting! Was ist eine Tragedie? Hör auf das Gefäden! Diese komische Figur da ist es! Warte, was meinst du damit? Das muss alles ein schlimmer Albtraum sein! Meinst du das ernst? Sieh sie dir nur an! Sie ist der Imposter! Wir müssen sie entfernen! Ich bin überzeugt! Stimmen wir ab! Also gut, seid ihr bereit? Hä? Wartet! Ich hab genau gesehen, wie Rot es gemacht hat! Er ist der Imposter! Das blaue Kind gehört auch dazu! Nein! Was? Nur ein Kind? Ähm... Ich weiß nicht. Vielleicht ist da was dran. Vielleicht sollten wir erst einmal weitermachen. Ich behalte dich im Auge! Du verdammter Heuchler! Vergiss das bloß nicht! Los jetzt! Wir wurden bedroht! Du hältst besser die Klappe! Mir gefällt das nicht! Keine Angst! Halte dich einfach von Rot fern, okay? Bis dann! Warte! Hey! Ich hab Angst! Kann ich dich begleiten? Aber sicher! Gehen wir los! Du bist echt schnell! Warte auf mich! Genau wie deine Mom sagte! Wir erledigen die Aufgaben! Irgendwie? Du hältst am besten die Augen offen und sagst mir Bescheid, wenn einer kommt! Ich schaff das schon! Egal wo du bist, Imposter! Ich... Ich passe auf! Wow! Irgendwas Auffälliges da drüben? Alles ist okay! Wenn's sein muss, halte ich die ganze Nachtwache! Oh! Huh? Mama? Mein kleiner Spatz! Ich bin ja so stolz auf dich! Ist alles okay? Es ist meine Mama! Sie ist hier! Oh! Schön dich wiederzusehen! Oh, verzeih mir! Die macht der Gewohnheit! Was sollen wir tun, Mama? Ihr beendet die Aufgaben! Ich halte nach Rot Ausschau! Okay! Okay! Wir sind gleich soweit! Super! Huh? Hey ihr beiden! Habt ihr eure Aufgaben erledigt? Also, wir sind gerade mit der Aufgabe fertig geworden! Jetzt müssen wir nur... Aha! Ich hab euch reingelegt! Wage es nicht! Du bist erledigt! Was zum... Huh? War das schon alles? Los, Kleiner! Wir müssen hier weg! Was? Oh! Wir sind verloren! Nein! Wir schaffen das! Ihr entkommt mir nicht! Wo... Wo gehen wir hin? Freunde! Schnell! Durch den Schacht! Okay! Super! Wir sind in Sicherheit! Das war gruselig! Wir versperren den Zugang einfach hiermit! Was sagt ihr? Ich würde sagen, das war eine tolle Leistung! Aber wir brauchen einen Plan, wenn wir Rot besiegen wollen! Ja, aber ich bin mir sicher, dass wir etwas finden werden! Okay! Ich vertraue dir! Verdammt! Die Tür ist zu! So ein... Warte mal eine Sekunde! Veräppelst du mich etwa? Ich? Wie kommst du aus? So eine... Also, sag schon! Ich höre dir aus, Mars! Ist das so? Sag die Wahrheit! Es hätte fast geklappt, nicht wahr? Ah! Oh! Ich helfe dir! Oh! Oh! Hör auf! Danke dir! Hast du gut gemacht! Nun lass uns abhauen! Es wird langsam gruselig! Hey! Er ist ein Impostor! Du musst mir glauben! Er wollte mich eben fertig machen! Wow! Das stimmt überhaupt nicht! Wie lebt euch an? Du bist es! Wir haben dich endlich überführt! Ich bin gar nicht du! Lass mich los! Nein! Komm nicht! Komm einfach ruhig und halte dich von ihnen fern! Du wirst jetzt mitkommen, Vargas! Nicht wegzulaufen! Bitte! Hör sofort auf damit! Bitte! Das war's mit dir! Jetzt hab ich dich! Oh! Das darf nicht passieren! Es muss doch einen Weg hier rausgehen! Das ist wie im Labyrinth! Wo ist nur der Ausgang? Tja! Hier gibt es kein Happy End! Du nimmst besser deine Knöpfe von ihm! Du hast mich gerettet! Geht es dir gut? Keine Angst! Ich lasse dich nicht allein! Schließlich sind wir Freunde! Was? 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 Das ist euer Ende! Das ist euer Ende! Aufhören! Du warst es! Und Gabe muss ebenfalls ein Imposter sein! Kommst du drauf! Du kommst mit! Lass mich sofort runter! Du kommst auch mit! Aber! Warte! Haben wir gewonnen! Aber sowas von! Wir haben sie überführt! Du hast es geschafft! Du hast sie überführt! Ich bin so stolz auf dich! Eines Tages wirst du ein großer Held! Weißt du das? Ich bin immer bei dir! Mama! Ich werde dich vermissen! Das war ein Geist! Meine Mama! Stimmt ja! Danke für alles, kleiner Freund! Nein! Ich habe aufregende Neuigkeiten! Ach, wirklich? Ja! Ich habe den Ausgang gefunden! Und wo ist er? Direkt da vorn! Oh! Tatsächlich! Endlich kann ich wieder nach Hause! Ärmeres Mädchen! Warum vertraut sie mir auch? Oh! Was soll ich tun? Das hat wirklich Spaß gemacht! Hä? Ja! Endlich gebt ihr Ruhe! Das wird ein Spaß! Auf einem Bein kann man schlecht stehen! Oh! Verwassung! Ich bin noch nicht fertig! Was soll das? Ich kann mich nicht bewegen! Die Kleins waren hartnäckig, aber Jux hat sie verjagt! Ich habe solche Angst, Kleins! Ach ja? Autsch! Oh nein! Nein! Du musst mir helfen! Weg von hier! Das hat Spaß gemacht! Lasst sie los! Du musst mich befreien! Ich versuche es ja! Brauchst du Hilfe? Ja! Ja, bitte! Okay! Ich hole uns zur Stelle! Nein! Was darfst du da? Na, ich helfe! Seht ihr? Gänge! Ich kann das Licht bereits sehen! Oh! Gänge! Nein! Ich habe nur Spaß gemacht! Es ist noch mal Glück gehabt! Bleib stehen, du Spaßvogel! Komm, gefälligst dir her! Du! 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 Du kannst mir nicht entkommen! Bleib fertig! Stehen! Stehen! Mist! Was jetzt? Nimm das! Au! Oh! Oh! Die sind echt sauer! Du räumst das jetzt auf! Du räumst das jetzt auf! Na los, kleiner Bruder! Verliere keine Zeit! Was für ein Mist! Na ja, vielleicht... Hey! Gib mir auf der Stelle den Besen wieder! Guck mal in die Torte! Wirklich? Ja, für kein Dreck fallig durch! Kinder! Es ist Zeit, dass wir Kinder! Ich bin euer Kinder! Keine Ausreden! Los geht's! Das darf nicht sein! Was zum... Was? Ich bin klein! Ihr seid Kinder für Kinder für immer! Was ist nur los mit ihm? Hä? Er hat sich wirklich merkwürdig verhalten, findet ihr nicht auch? Ich glaube, es ist so ein Ding! Ich meine... Das, was ich in seinem Rückenstecken gesehen habe... Das ist das Problem, glaube ich! Jetzt, wo du es sagst, wir müssen es entfernen! Engel und ich gehen gemeinsam! Okay, Sobu! Außerdem Jax mit Kinga und Pommi mit Ragata! Aber machen wir! Okay, bereit? Ähm, was ist mit mir? Oh, äh... Du kannst... Du kannst... Auf das Essen aufpassen! Du hast den wichtigsten Auftrag! Warte! Das ist so daneben! Hey, was tust du da? Du bist daneben! Genau, ich schläft das! Nun, dann gehen wir's an! Ja! Viel Glück, Freunde! Oh, steckt da noch... Keine Ahnung! Eine Spinne! Spielst du jetzt Prinzessin? Du... Du bist so ein Angsthase! Das ist doch nur eine kleine Spinne! Die kann ja mal so gar nichts! Also, gehen wir! Was ist das? Was ist das? Vielleicht ist es Kane! Folgen wir den Blasen! Das Leben ist einfach ein Leben! Okay, hier ist der Plan! Du gehst hier lang und ich geh dort lang! La, 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 la! La, 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 la! Spinnen! Uuuh! Spinnen? Wo? Uuuh! Gleich hab ich dich! Uuh! Na, na! Oh, solche misslaunigen Kinder! Boom, Ron! Ich bin unschlagbar! Hier, halt das mal! Ich muss weiter! Alles dreht sich! Hier sind so viele Türen! Vielleicht steckt er hier irgendwo! Ich hab diese Schlüssel! Dann schauen wir mal! Okay! Falsche Tür! Oh, ich liebe diesen Zahn! Aber hier ist er nicht! Wie sieht es hiermit aus? Nein, auch nicht! Hallo? Oh nein! Er ist so gruselig! Weg hier! Okay! Das heißt so! Was haben wir hier? Halt schön, Steck! Nein! Bin schon weg! Kane? Bist du hier? Auch nicht! Wobei, warte mal! Das war doch... Da bist du ja, Kane! Wusstest du nicht, dass es störend ist, wenn man stört? Hey! Platz da! Hier komme ich! Das ist unsere Chance! Packen wir ihn! Ja! Dafür seid ihr zu klein! Ihr niemals kriegt mich! Wo ist er? Was? So lecker! Was machst du hier? Was ist mit dem Essen? Kane hat mit mir getauscht! Ist das dein Ernst? Aber sicher! Wollt ihr auch mal? Auf keinen Fall! Hey, das war mein Lucha! Hey, was ist los? Und? Habt ihr Kane gefunden? Essen, komm! Genau wie bei uns! Nun, also, ich hab eine Idee! Warte, wirklich? Naja, ich hab auf das Essen aufgepasst, als Kane auftauchte und mir den Lucha gab! Er wollte tauschen und da ich Süßigkeiten mehr mag, hab ich zugestimmt! Wir beide waren zufrieden mit dem Handel! Er fing gleich an, das Essen zu verschlingen! In seiner Gier merkte er nicht, wie er eine Spur aus Essen zurückließ! Und also... Ja, so ist es passiert! Ich hab eine Idee! Wir sollten der Spur holen! Ja! Großartige Idee! Also, suchen wir Kane! Das stimmt! Hier ist eine Spur! Der ist da oben! Der ist da oben! Und wie sollen wir da hinkommen? Das ist viel zu hoch! Ähm, du könntest meine Teile hochwerfen und ich baue mich wieder auf! Hast mich überzeugt! Dann mal ran an die Demontage! Freudiger Gruß! Hey, das geht doch auch vorsichtiger! Aber wo bleibt dann der Spaß? Auf mit dir! Auf mit dir! Oh, ich hab's geschafft! Großartig! Großartig! Okay, überlasst es mir! Oh ja, ich hab's! Wir werfen Gänge auch hoch! Ich... Ah! Oh! Meine Maske! Eventuell hilft sie! Okay, los geht's! Jeder hat eine Idee! Hoch mit euch! Okay, ich hoffe, wir haben ihn geweckt! Nö, der Penner ist hier! Da ist er! Homie, du solltest gehen und den USB-Stick rausziehen! Also ich, wenn es sein muss, dann... Dann tue ich es! Nur langsam! Hoffentlich wacht er nicht! Wow! Okay, das ist so unheimlich! Okay, ich bin nicht spannend! Fast geschafft! Eine Überraschungskneug in Verkleidung! Nicht wahr! Es tut mir... Oh nein! Oh nein! Sie ist kein Knall! Wie dem auch sei! Geschehen ist geschehen! Das kannst du nicht tun! Aber sicher, Teuerste! Ich bin der Teuerste! Oh nein! Ich hab die Nase voll hier! Von jetzt nicht! Oh, hey! Bitte sehr! Was? Was war denn nur los? Ist der wieder normal? Komm, wie hast du es? Hä? Warum seid ihr denn so winzig? Da! Schon viel besser! Das ist geschafft! Was hast du da? Was? Das steckte in dir! Kann nicht sein! Doch! Das ist super gefährlich! Jetzt hab ich eine Überraschung für euch alle! Ein Festmahl zum Dank! Und alles wieder auf Anfang! Oh, in mir steckt ja eine richtige Künstlerin! Das wollen wir doch mal sehen! Jetzt zeig ich dir mal einen Zaubertrick! Ha! Hey! Warum hast du das getan? Das war nicht nett! Ich hab es getan, weil du... Was war das? Ich bin weg! Was stimmt denn nicht mit ihr? Tschüss, du Loser! Hey! Jetzt hat sie mich echt wütend gemacht! Oh, hey, Ragata! Was ist mit deinen Würfeln passiert? Du schon wieder! Oh, tut mir leid! Nein, es tut mir leid! Scheinbar warst du es gar nicht! Oh, du meinst meine böse Schwester? Ja, sie ist in die Richtung! Oh, danke dir! Schon okay! Da war doch irgendwie was! Zeit für eine königliche Demontage! Meine Kissenboden, wer tut das? Du brauchst dich nicht bei mir bedanken! Du wirst du bitte damit aufhören! Fast geschafft! Nein, wie ist das? Lass schon los! Meine Hände! Ich will nicht Händchen halten! Schon besser! Meine schulde Kissenfrau! Das ist noch nicht alles! Sieh zu und staune! Ein Kissenpanzer! Was hast du damit vor? Feuer! Feuer! Genau auf die zwölf! Nun muss ich weiter! Bye, bye! Kinga! Geht es dir gut? Was hat er denn? Keine Ahnung! Hey, King! Wie man dir dir ähnlich sieht, war das! Es war meine böse Schwester! Ach so! Sie ist in diese Richtung! Meine Hände! Wo sind meine Hände? Oh, da sind sie! Hier, bitte sehr, Kinga! Oh, danke! Also, sie ist da lang! Durch das Fenster! Komm schon, Pony! Ich verstecke mich mal, Schaff! Warum geht das nicht? Hör auf damit! Bau mich wieder auf! Zeit für einen entspannten Tag! Fang, Jack! Wow, was für eine Überraschung! Bring mich zu meinem Körper! Bitte sagst! Sieh nur, wer da ist! Du willst an deinen Platz, hm? Dann zeig mal! Hör sofort auf damit, oder? Okay, ich hab genug hiervon! Danke! Endlich! Einfach hammermäßig! Hahaha! Und jetzt? Er ging in die Magengrube! Hahaha! No, Jacks! Alles okay bei dir? Ach, nicht der Rede wert! Mir geht's gut! Oh, wie wäre es hiermit? Hahaha! Oh, was ist das? Das nehme ich besser an mich! Bis dann! Oh nein! Sie war hier und hat Jacks angegriffen! Jacks! Was ist passiert? Alles gut? Du Verdeite! Es tut mir leid! Wir brauchen Kane! Er kann sich darum kümmern! Wenn das mal nicht der neue Highscore ist! Hm, äh, oh! Deine Schwester! Ich denke, sie hat meinen Schlüssel genommen! Super! Jetzt nervt sie also Kaufmo! Wir müssen sie aufhalten! Wo ist sie? Oh, da ist sie ja! Es ist Klauzeit! Oh nein! Schwester, hör auf! Bist du verrückt, oder was? Du hast mir gar nichts zu sagen! Oh! Verdammt! Er kommt aus dem Zug! Das war's dann! Hallo, Freunde! Warum solche Gesichter? Ach du liebe Güte! Was machst du denn hier draußen? Du hast Zimmeradress! Schon viel besser! Also, dieser Schlüssel ist wirklich gefährlich! Ich befreie euch davon! Super! Das ist alles nur, wenn dir passiert! Warte! Wer bist du denn? Ich kann mich nicht an dich erinnern! Ich bin Pomnys Schwester! Wir sind die besten Freunde! Ähm, also... Oh, ich sehe schon! Ein Haufen verkleideter Knolks! Äh... Was? Erwischt! Jetzt aber zurück in die Spielkiste mit euch! Ihr solltet wirklich vorsichtiger sein! Wie ist das passiert? Es ist nicht so schlimm! Höchst wird!